Scheiße! Welp? Wen hab ich jetzt? Biasimo! Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mario Tennis Aces wieder mit dem Josh! Sag hallo Josh! Hi! Hi! Biasimo, willst du die Map? Ist mir egal. Sind da wieder diese Map-Dinge an oder nicht? Ich hab jetzt angemacht, glaube ich. Oh, wieso bin ich denn jetzt bürdo? Ich will nicht bürdo sein! Oh Mann! Das war jetzt super! Wir haben gerade schon eine Folge aufgenommen, die ist bei Josh zu sehen. Also könnt ihr da auch gerne mal vorbeischauen. Deswegen hab ich gerade schon zwei Niederlagen. Aber jetzt wird alles besser, denn ich bin jetzt bürdo. Jetzt hast du gespoilert! Ja, deine Folge kommt doch sowieso als erstes, oder? Wahrscheinlich, ja. Pow! Oh, Spiegel! Vorsicht der Spiegel! What the hell? Was ist denn bürdo eigentlich von Typ her? Yo, was kann denn Knochen trocken alles? Ich glaub hier gar nichts! Ich weiß nichtmals, was für ein Typ sie ist. Ich hab den Ball gar nicht! Ich dachte, ich hätte den Ball! Okay, diese Spiegel sind natürlich schon irgendwie assig. Das ist aber auch immer so ein bisschen random, ob man trifft, oder? Also in den Spiegel. Ich geb... Was mach ich? Der Ball sah gruselig aus. Ih, Ball! Ach, bürdo hat so einen Ring an ihrem Finger. Ich dachte, das wär... das wär der Ball... Nö! Was?! Jetzt kommt hier die Krusattacke! Gott! Kann man den auch in den Spiegel reinmachen? Nö! Ich weiß nicht! Das wär richtig krass! Stirb an meiner Liebe! Oh Gott! Totgeknutscht! Nö! Hä? Bürdo ist richtig komisch! Okay! Komisch! Von den Animationen... Der ist aus! Oh! Okay! Wie du einfach dein Kopf hältst! Wie du einfach dein Kopf hältst! Ja! Zack! Super! Äh, was?! Volles Poppedoo! Hä? Okay, Knochen-Tronk ist auch cool! Nö! Mann! Bürdo ist so hässlich! Ich will die nicht spielen! Moment! Moment! Ich steh auf der falschen Augen! Du nicht! Das ist da super verwirrend! Oh ja! La! Man weiß aber eigentlich... Jo! Okay! Man weiß aber nicht, wie der da rauskommt! Uhhh! Wie kriegst du die... What?! Was macht der da?! Trickschlagwinter! Was macht der... Ach, komm, Knoten-Droken. Knoten-Droken. Da... Da bewegt sich der... Nein! Okay. Ich dachte, ich wäre bis Assi. Ich denke immer, ich hab den Ball, aber das ist nur dieser blöde Ring. Hahaha. Das ist... Irgendwie sind die beiden Charaktere nicht so geil. Kann das sein? Upp. Da. Ich bin bereit für meinen Twig-Shot. Was hat denn hier Twig-Shot? Warum hast du das? Hahaha. Nein, du kannst nicht durch den Spiegel schießen. Aber wie probiert. Ich meine, er ging voll auf den Spiegel. Nein! Nein! Oh! Oh! Die Geräusche, die aber auch machen. Oh! Oh! Ich bin bereit für den Droken-Troken. Hehehe. Komm schon, Birdo. Was willst du auf Birdo? Wind auswählt, kann man hier nicht sprechen? AAH! Ich glaub' keiner wählt... Upp. Nein! Moment! W-wohn wir dahin! What?! Keiner wählt freiwillig Bördo aus, glaube ich. Ja, Bördo! Spielklein, Spielklein, in der Mitte des Spielfeldes. Wer ist der hässlichste auf diesem Spielfeld? Du, Bördo, du! Eindeutig ist nicht knapp und trocken! Oh, Foto! Ja, Bördo! Glück ist mit dem Hässchen. Keine Ahnung, was Bördo für Geräusche macht. Nein, kommt da raus! Spiegel-Action, Spiegel-Action, Spiegel-Action! Nein! Wie ich wirklich mit meinem Kopf rumlaubsange? Das ist dann ein Punkt. Oh, ich krieg's noch. Nein! Okay. Ich dash vorbei. Aber Bördo spielst dich wieder so anders als Buhu. Das ist echt krass. Zack. Nee, nee, das ist nicht schön. Hier! Nimm den! Nee! Nimm den! Nee! Nee! Moment! Moment! Ich krieg den noch! Moment! I-Moment! Ich hab den gleich! Willst du das schneiden oder was an der Stelle? Hä? Nein, eins auf! Eins auf! Was war das denn?! Huhuhuhu! Knauppen, Knauppen vor dir hin! Psychoder ist... Spielball. Spielball. Mach einmal was Gutes in deinem Leben! Einmal! Danke! Reicht, Birdo! Reicht! Reicht! Es ist so verwirrend, dass Knochen trocken im Panzer geht beim Bewegen. Ich hasse diese Spiegel! Ich hasse sie! Wir können gleich noch was noch Assigeres spielen. Ja, klar! Oh, extra! Nee! Ich war gerade bereit, irgendwas zu machen! Oh, Mann! Dieser Sound auch auf den Spiegel, ne? Nee! Zack! Was ist das? Als Opposie! Hier lohnt Mördos Scheiße! Ich will die nicht mehr spielen! Zack! Buddy, die ist connected von deinem Channel! Das wäre echt! Ich ragequit hier gleich! Oh, nö! Spiegel! Mach mal! Profis spielen bestimmt die ganze Zeit mit den Spiegeln! Das machst du doch mit Absicht! Oh! Ich drehe einfach meinen Kopf in die Luft! Oh! Oh! Ich mag die Animation, wenn du stirbst! Also, stirb noch häufiger! Stirb! 50! Alles klar! Wir sehen! Du hast ja schon einen Punkt! Also, sei leise! Bup! Gleichfalls... Ja, okay, danke! Willst du das spannend machen, hä? Ja, extra für deine Folge! Extra für deine Folge! Das ist nett! Ah! Ich war doch gar nicht ready! Du musst doch sagen! Anzählen! 3, 2, 1 und so! Oh! Oh, ne! Oh, ne! Und wieder den Spiegel! Nee! Ich spiele jetzt einfach die ganze Zeit mit den Spiegel! Und wieder... Nein, warum nicht? Spiegel? Ja, Spiegel! Oh, ne! Du darfst den Spiegel nicht verwenden, wenn ich den schon verwende! Das ist mein Spiegel! Spiegel! Aber ich hab... Ich hab den anderen genommen! Spiegel! Ich hab den Spiegel! Wenn man das früher in der Grundschule immer gemacht hat, wenn man beleidigt worden ist! Du Arschloch! Nein! Spiegel! Oh! Doch für Spiegel! Drei! Immer einen Spiegel! Mehr als du! Oha! Okay, ne! Das verwirrt mich! Ja, hebt mich hoch, meine Fans! Ich liebe euch alle! Man kann doch in den Spiegel! Hast du gesehen? Ja! Lol! Ich bin... Hello! Hello! Hello darkness, my old friend! Oh, danke! Du hast mir Zeit gegeben wieder zurück aufs Feld! Das ist sehr gerne! Du sollst ja alles gerecht bleiben hier! Oh, nö! Die standen gerade so, dass ich nicht gesehen habe, wie du geschlagen hast! Oh, ich hasse das! Das ist so Verwirrung mit dem Spiegel! Jaaa! Das hat lange gedauert für diesen Eint von Coleymoley! Oh nein! Ich dachte, du gehst in den Spiegel. Das hatte ich auch vor eigentlich. Alter, wie schnell du immer schießt. Dann denkt man, das ist noch die Wiederholung und dann ist das schon das richtige Spiel. Ich hatte noch A gespammt. Ich hatte noch A gespammt, wie halt beim Speedrun beim Mario Kart. Weißt du, so, ja komm, mach die Animation weg, mach die Animation weg. Und dann kriegst du den Ball in die Hand und spammst dann das Ding einfach raus. Kaputt geschossen. Kaputt geschossen. Sie macht doch sowas nicht mit mir. Was? Hä? Ja, kaum Animation voll broken. Was denn? In einer anderen Dimension. War der aus? Nein, er war drin. Ja, das will ich noch mal sehen. Das will ich noch mal sehen. Die schöne Animation mit dem Spiel. What? Ja, schieß es so fest. Stimmt, du gehst gar nicht an die Linie. Dann mach ich das jetzt. Dann geh ich jetzt an die Linie, weil ich der Oberprofi bin. Moment, warte! Das ist schlecht bei dieser Web, glaub ich. Das ist ganz schlecht. Ich glaube auch. Ey, was ist los, ey? Aber diese Topedo-Attacke sieht voll geil aus. Wie du immer sofort weiter schießt. Nee! Oh, nee! Okay, den kriegst du nie! Den kriegst du nie! Doch, Topedo-Attacke! Den kriegst du nie! Drüber gelupft! Was? Guck ihn dir noch mal! Noch mal! Oh! Oh! Schmitz! Bapp! Oh shit! Oh shit! Oh, war der aus? Shit! Nein! Oh! Du bewegst euch nicht so schnell in den dummen Spiegel! Nein! Ich hab Angst! Was passiert hier? Pau! Ich seh nicht! Pau! Jetzt! Komm mal Spiegel! Hilf mir! Einmal! Oh nein! Nein! Nicht für ihn! Oh nein! Diese Spiegel! Die werden ja doch immer schneller! Nein, nein, nein! Okay, ich setz lieber mal ein. Ich hab extra gewartet, bis du deine Fähigkeit auch hast. Weil ich nett bin. Okay. Eigentlich scheißegal, wo ich hin... Juhu! Du kriegst den halt einfach so! Ja! Nein! Okay, okay. Wäre nochmal spannend. Okay. Konzentration. Eins, zwei, drei, go! Und Big Shot in den Spiegel rein. Jetzt hast du gar keinen Plan mehr, was abgeht. Stimmt, man muss immer so... Stöner-Tacken machen, wenn du alles, ne? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh! Wo heisst das? Kommo! Oh, kriegst du noch? Ja, Bird, du bist die Allergeilste! I love you, Bird, I love you! Dann hat er einfach gerade vorbei. Nein, hier ist ein Matchball! Mach nicht diese, Buhau, mach nicht diese! Nein! Mach nicht an, Buhau! Voll spannend! Seitenwechsel ist voll egal in dem Spiel, kann das sein? Natürlich, ist das wichtig! Ich will mal einen Sieg haben gegen Josh! Oh, kurz! Aber nicht gegen mich mit Bier, du! Okay, du hast es schon gewollt! Nein! Nein, als ob du deine Fähigkeit hast! Ich hab dich drauf geachtet! Oh nein, und ich bin halt mitten in der Luft! Ja! Aber nein, geh da hin! Birdo! Meine Güte! Nein, nein, Birdo, Birdo, Birdo! Ja! Warum denn nicht? Ja! 7,6! Tänzelt die da so hin? Oh! Wieder! Ah! Schamuddel! Ah, Knuddel! Nein! Alter, wie lange wollen wir das drauf machen? Wie oft willst du Werbung in deine Folge schneiden? Also, wir sind jetzt schon immer 10 Minuten, wir können jetzt auch schon auf... Okay! Okay, okay, dann machen wir ernst hier! Genau, 10 Minuten und eine Sekunde müssen wir das strecken! Okay! Oh! Oh, warte mal! So! Ich hab dich angeherzt! Drei! Angeherzt! Drei! Ja, okay! Eins! Ja, okay! Und jetzt? Der Phänomenalste! Nein, 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 nein! Da bin ich dir vorbereitet! Nein! Oh, komm schon jetzt! Das endet einfach nie mehr! Oh! Was war das denn? Nein! Da geht wieder... Wie ruft! Ich mag das nicht! Wo geht der denn jetzt hin? Alter, das ist ein Spiegel! Nein! Nein! Oh! Ich bin mal im Vorteil! Krass! Und ich hab Anschlag! Mach nicht... Mach nicht diesen! Doch! Nein, nein, nein! Ich hab grad meine Fähigkeit eingesetzt! Okay! Wohin? Ich hab da hin! Komm! Halt's auf! Ja, ja, ja! Nein! Halt's auf! Ja! Komm mal, Börde! Börde, mach jetzt mal was Gutes hier! Jetzt hör auf! Josh! Josh, stopp! Nein, 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 nein! Spiegel, tu nicht diese! Mann, dieser fucking Spiegel! Nimm ihn die Ehre! Nimm ihn die Ehre! Nein! Nein! Ja! Ich hab mal gegen Josh gewonnen! Mit Börde! Hallo! What the hell? Ach du Scheiße, ey! Ja, Siege eins! Okay, dann bedanke ich mich für das Zuschauen, liebe Leute! Danke, dass du mich befinden gelassen hast, Josh! Der hat uns das Wort schon! Gerne, gerne! Und ja, wenn ihr die andere Folge sehen wollt, dann könnt ihr gerne mal bei Josh vorbeischauen. Der ist auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal! Und tschüss! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!